Herr Präsident, sehr verehrte Abgeordnete! Zunächst möchte ich Frau Hoffmann für die Einladung dieses ganze Thema malerentwenig grundlegender zur Beleuchtung danken. Denn, wie immer, wenn es um die heilige Kuh EU geht, müssen wir die Diskussion oder die Debatte mal wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Und dazu gehört, dass die EU von heute natürlich eine Folge des Friedens in Europa ist und keineswegs die Ursache. Alles andere ist gefährliche Geschichtsklitterung, meine Damen und Herren. Und wenn es denn so wäre, dass die EU tatsächlich eine Wertegemeinschaft bildet, warum ist es dann eigentlich notwendig, dass die EU sich in immer mehr Lebens- und Verwaltungsbereiche hineindrängt? Wozu braucht es das denn? Meine Damen und Herren, diese Wertegemeinschaft ist eine Illusion, eine gefährliche Illusion. Kommen wir nun zum vorliegenden Gesetzentwurf der Freien Demokraten. Zunächst möchte ich sagen, Ihre Problembeschreibung ist weitgehend zutreffend. Und genau da liegt auch schon das erste Problem. Woher kommt es denn, dass 70 % des kommunalen Handelns, im Grunde genommen von der EU, determiniert werden? Und das spüren wir doch auf Bundes- und Landesebene ganz genauso. Und, meine Damen und Herren, das ist nichts anderes als eine grobe Verletzung des Grundsatzes der Subsidiarität. Ja, vielleicht ist tatsächlich in Vergessenheit geraten, was das eigentlich bedeutet. Ja, dass die Entscheidungen nämlich möglichst nah am Bürger getroffen werden, wo auch die demokratische Kontrolle und auch die rechtsstaatliche Kontrolle am besten funktionieren. Und dieser Grundsatz kommt hier unter die Räder, meine Damen und Herren. Und dem können wir uns natürlich keinesfalls anschließen. Jetzt ist natürlich auch genannt worden in dem Gesetzentwurf, dass es ja ganz erhebliche finanzielle Anreize und Fördermittel auf EU-Ebene gibt. Genau. Und auf der anderen Seite haben wir eine nicht hinreichende finanzielle Ausstattung der Kommunen. Das ist einfach ein Faktum. Immer mehr Aufgaben müssen mit den begrenzten Mitteln erfüllt werden. Und das funktioniert eben auf Dauer nicht. Das Wechselspiel zwischen EU-Fördermitteln und auch anderen Fördertöpfen führt natürlich, nennen wir es doch einfach einmal beim Namen, zu einer gewissen Korrumpierung der kommunalen Entscheidungsträger. Dass sie sich eben nicht zunächst darum kümmern, was gut und richtig für ihre Bürger, für ihre Kommunen ist, sondern dass sie zuerst gucken müssen, wo sie am meisten Fördermittel kriegen, damit sie den kommunalen Haushalt überhaupt noch einigermaßen gestemmt bekommen. Das ist doch der Kern des Problems, meine Damen und Herren. Durch diese Mechanismen erleben wir ja auch einige kuriose Effekte. Weil die Partikularinteressen dabei ja durchaus erfolgreich bedient werden, sind am Ende alle irgendwie zufrieden, obwohl Deutschland insgesamt viel, viel mehr Geld bezahlen muss, als es selbst aus Europa zurückerhält. Und das Ergebnis dieser Politik dann auch immer schlechter wird. Und das lehnen wir ab, meine Damen und Herren. Der Kern des Gesetzentwurfs eben die bereits genannten kommunalen Europabeauftragten, die werden all diese Prozesse und Rahmenbedingungen, die heute schon negativ wirken, noch weiter verstärken. Es handelt sich sogar im Kern um Bürokratie, Bewältigungsbürokratie. Und auch da Achtung festhalten, da muss ich ja sogar der Frau Abgeordneten Dahlke recht geben, dass das ausgerechnet von den Freien Demokraten kommt. Also, da ist irgendwo der ordnungspolitische Kompass verschütt gegangen. Das merken wir leider an anderer Stelle auch. Und sie stellen sich dadurch selbst wirklich kein gutes Zeugnis aus. So, und was braucht es denn nun tatsächlich, um die Rolle der Kommunen in der EU zu stärken? Zuallererst eine Rückkehr zum Subsidiaritätsprinzip. Und dann würde automatisch auch die Einmischung der EU in immer mehr Ebenen der Gesetzgebung deutlich reduziert werden. Und, meine Damen und Herren, dazu gehört auch, dass man endlich wieder dem Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigungen folgt. Denn das bedeutet, dass jeglicher Souveränitätstransfer in Richtung Brüssel nicht für alle Ewigkeit ist. Nein, es ist ein von den Nationalstaaten vollzogener Transfer. Und der kann auch wieder zurückgenommen werden. Und weil dieser Transfer eben reversibel ist, braucht es auch eine Aufgabenkritik der EU. Hier wurde ja gerade aufgezählt, in wie vielen Politikfeldern die EU vermeintlich Gutes für unser Land leistet. Meine Damen und Herren, wenn wir das mal wirklich auf den sachlichen Gehalt abklopfen würden, dann würde sehr schnell die Fassade zu bröckeln beginnen. Und deswegen ist es elementar, wenn die EU weiterhin funktionsfähig sein soll und ihre zum Teil ja wirklich unstrittige Erfolgsgeschichte, damit die endlich weiter fortgeschrieben werden kann, deswegen ist es notwendig und richtig, dass die EU Aufgabenkritik betreibt und dass wir die Politikfelder, die nicht sinnvoll von Brüssel aus gestaltet werden können, dass wir die sehr schnell wieder in nationale, bundeslandbezogene oder eben kommunale Hoheit zurücküberführen. Und weil das so ist, können wir diesen Gesetzentwurf natürlich nur ablegen. Danke sehr.